Was geht Leute? Mein Name ist Danny Tschüssi Wir sind heute im Video Heute spielen wir den Yandere Simulator Er wurde mir so oft empfohlen Und Okay Habt ihr es gesehen? Was ist passiert? Alles okay Mädchen? Nimm mich zu viel Druck Aber dieser Simulator wurde sehr oft empfohlen Und auch auf der Homepage Die ich euch verlinken werde Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt Dieses Spiel ist nur zu 5% fertig Es gibt auch kein bestimmtes Ziel Aber es soll japanisch sein Und mehr sollen wir gar nicht wissen Also lasst uns Ich kann nur weitermachen Obwohl ich das nie gespielt habe New Game Ah, Confirm E Okay, ist das anscheinend anders Okay Äh, was? Äh, Friday Äh, Continue Ich hab keine Ahnung Ah Ey, das bin ich Oh mein Gott Ey, ich kann mich sehen Nice Oh, cool Oh, die Grafik Was? Nein Ich kann mich umziehen Ich hab die gelben Nee, die roten Die roten Die roten Die roten Oh, sie hat auch rosa Oh, yeah, baby Wow Wie jetzt, man sieht keine Animation Ich will mehr sehen Ich will sehen, wie sich umzieht Wie hat ihr das gemacht? Senpai Shreen Ah Genau, genau Es geht darum, diesen Typen klar zu machen Stell euch einfach vor, dass wir ich Ich muss mich selber klar machen Okay Ah, okay Ich kann nur was benutzen, glaube ich So Okay Cockpots Äh, ah Ich hab, hab ich geschlossen? Ja Okay, keine Ahnung, was das ist Lass uns, lass uns, lass uns losgehen Exit Would you like to go? Ja Hä? Oh Wo bin ich? Kann ich rennen? Ich kann rennen Äh, okay Oh, da hab ich Freunde Hey Mädchen Alles klar Hallo Lass uns Freunde sein Was? Was? Was passiert? Kann ich mit ihr lesbisch sein? Oh Oh, yeah Jetzt hab ich was zum Zum anschauen Safe Geil Ich kann Fotos machen Oh my God Yeah Ich liebe die Grafik des Games Wow, so viele Menschen Nicht, dass ich das Senpai, bist du's? Oh, ist es Machen wir von den Bildern Oh, ja Das haben die Mädels auch mal gemacht In meiner Schule Okay, Senpai Kann ich dran zoomen? Ja, kann ich Yeah Äh, was muss ich tun? Ah, ja Es gibt ja gar kein Ziel Ich geh mal zu ihm Hallo, Senpai Hallo, Senpai Ich bin Ich will die entblasen Ja Ja Ich will dich Siehst du das nicht? Guck mal, wir betatschen uns Ich will mit dem Bildern Geh weg von meinem Senpai Das ist irgendwie komisch Haha Komm, dir gefällt's Wieso macht er nix? Er sieht doch, dass ich mit ihm bumsen will Und jetzt Cut it out That's really creepy Oh Leave me alone Was? Was? Okay Heartbroken Oh nein, du armes Mädchen Oh Low Checkpoints Habe ich überhaupt gespeichert? Ich glaube nicht Hey, wir sind wieder hier Ich glaube, wir müssen ihm irgendwie zeigen, dass wir die richtige für ihn sind Weil es gibt so viele geheiste Mädels Hier kann ich eigentlich Ich will mehr sehen von hier Mehr Schlüpfer oder so Ich glaube, wir können sogar zur Schule Senpai? Senpai? Wer bist du hier? Ich meine Nein, Digga sagt kein richtiges Mädchen Okay, können wir hier rein? Hey Ich kann da rein Wo bin ich? Achso, ja, da ist gar nix Logisch Beste Schule ever Senpai? Wo ist er? Senpai, Mann Was für ein Arschloch Hey Oh, wenn ich T drücke Ich gehe da mal lang Hä? Achso, ist das die Spur, wo ich gekommen bin Warte, wie? Wo was? Wo ist das denn bitte? Okay, von da bin ich gekommen, glaube ich Was? Das verstehe ich nicht, wenn ich O drücke Okay, typisch asiatische Spiele Ich verstehe nicht, wieso ich einen Toaster in meinem Mund habe Stehen Asiaten auf sowas? Also, wenn ihr asiatisch seid Ich weiß es nicht, aber Ist das sexy? Ich weiß es nicht Ich glaube schon Also, mich töten sie irgendwie an Hey Oh, ich mach lieber weg Nein, mach die Musik weg Wow What the fuck ist das? Tanovic, Senpai, stay stehen, baby Oh Mach die Musik weg, Emma Nein Ich liebe die Musik, aber Oh Oh mein Gott Yeah Wie sehe ich aus? Senpai, ich komme Verdammt, ich kann nicht springen Schade Senpai, bitte bums mich in meinen geilen Arsch Bitte So viele Senpais Oh Stell weg Oh Ey, das ist ja wirklich Attack on Titans Senpai, bist du es? Talk Kann ich mit ihm reden? Hallo? Äh, was? Okay Achso Oh, das ist wirklich Okay Ich will nicht mehr reden Ist schon okay Okay, bis dann Oh mein Gott Oh mein Gott So wie hier bei Attack on Titan Kein Weckett von euch Attack on Titan nicht Da sind so riesige Viecher, die Die Stadt angreifen wollen und sowas Und wir müssen gegen sie kämpfen Ist der richtig Hammer Serie Vielleicht können wir ein Foto von ihm machen Ist das ein großes Senpai? Ich will mal ranzoomen Ich glaube, das ist eine Schlampe Also bei Attack on Titan gab es keine riesigen Schlampen Nice, safe Bestes Foto ever So viel Senpais Wo ist der richtige? Wo ist der Sound? Da ist er Was denkst du noch von mir? Guck mal, ich habe einen Toaster in meinem Mund Hast du ihn nicht, ne? Er macht den hier Naja, okay Ich würde auch gerne einen Toaster haben, aber Du bist schon besser als ich Okay, ich habe nochmal von vorne gestartet Und ich sehe wieder an Nein Die ist nackt Wieso sind die nackt? Hallo? Okay Was? Ich wollte ein Ah, der nächste Tag? Ich glaube, was ist der nächste Tag? Sein Pai, bist du's? Ich glaube, er ist es Hey, what's it go? Okay, sorry Kann ich dir runtergehen? Bitte, kitzel mich mit deinen Füßen Ich stehe auf Füße Wiedert mir nochmal dieses Wenn man auf Füße steht Wenn das jemand weiß Oh! Was macht das denn hier? Ich habe das Schwert Mit R? Seit wann hält man eine Waffe mit R? Ey, ich habe ein Schwert Nein, nicht fallen lassen Kann ich jemanden damit töten? Ich verstehe gerade Ich meine, der Anblick ist ja gut, aber Ich weiß gar nicht Darf ich das überhaupt zeigen? Ich glaube Oh mein Gott Das ist extrem sexuell, das Game Seppai, ich töte für dich Haha Ich tue alles für dich Ich glaube, Seppai steht drauf Wenn man andere Menschen tötet Ich glaube, ich glaube, das macht ihn an Okay, lass mal sehen, wie wir töten können Mir fühlt irgendwie der Sound Ich verstehe gar nichts mehr Ah ja, das können wir immer noch tun Ja, wieso auch nicht? Sepp, okay Komm mal Seppai Ich habe ein Toast da Okay, sorry Haha Gib mir das Schwert Gib mir das Ah, nice Nice, baby Also das ist echt problematisch gerade, weil Wieso zum Teufel werden die nackt angezeigt? Wieso sind die weiblich? Wieso könnt ihr nicht männlich sein? Ich meine Was? Okay Das ist also die Sturnhalle Das ist toll Ich bin beeindruckt Seppai, warum gehst du? Oh, da sind andere Menschen Kann ich sie töten? Ich meine, das muss ein Genut haben Wieso ich ein Schwert haben kann Kann ich dich töten? Bitch Ah, fuck Ich kann sie nicht töten Wie langweilig ist das bitte? Vor allem Wie schnell kann sie ihre Frisur ändern? Was ist das für die Frisur? Was ist das? Ich glaube, das ist in Asien populär, glaube ich Das wäre episch Also ganz ehrlich Ich mag Wow Das sieht cool aus Das behalte ich Kann ich raus jetzt? Nope Oh, mein Gott Kann mir jemand sagen, ob ich das zensieren muss? Ich glaube Oh Ich glaube nicht, weil man nichts sieht Also man sieht sie quasi nackt Aber man sieht gar nichts Nein, man sieht die Tüttel Haben die Nippel? Ich gucke mal ganz leicht hin Ah, sie haben auch keine Nippel Ich denke nicht, dass man das zensieren muss Senpai, ich würde gerne Okay Nix Ah, man Wie soll ich ihn beeindrucken? Ich kann ein Messer nehmen Was bringt mir das? Okay, ich kann sie nicht töten Wisst ihr was? Wir machen ein paar Fotos Oh, mein Gott Safe Ist es vielleicht das Ziel, Fotos von ihm zu machen? Kann sein, oder? Okay, nicht bewegen Senpai Er wird nichts merken Oh man Nicht loslassen Okay, nice Bestes Bild ever Zum Masturbieren Wow, das Bild ist gut gelungen Von jeder Seite einmal Nein Ist irgendwie gar nicht komisch Oder so Okay, ich habe jetzt Ähm Ich habe jetzt die Controller angeschlossen Also Ähm Okay Was war das? Hoffentlich steht er drauf Äh, ja Das macht Sinn Hey Wow Der Controller ist ja viel besser Oh mein Gott Ich kann mich sogar ducken Das ist episch, Baby Das will ich sehen Und Oh Das kannst du nicht, ne? Damit werde ich sowas von beeindrucken Das wirst du gar nicht wissen Gewissst ihr was? Wir werden erstmal Wir werden mal der Spur folgen Jedes Mal Das ist unser Ziel anscheinend Ey, wir müssen hier rein, glaube ich Ey, es geht Oh mein Gott Go to class Oh Na gut Wir hatten wenigstens Spaß Study Points Ähm Lass uns Biologie besser werden Ey Yeah Cool Confirm Beste Schule ever Kann ich doch mal zur Schule gehen? Wer tut das freiwillig? Hahaha Ich habe wieder 5 Punkte Dann lass uns Vielleicht spricht ja nicht meine Sprache, Senpai Confirm Nice Ja, okay Bis dann, Füße Senpai, ich komme Hahaha Senpai Ey, ich muss hier hin Nice Okay, ich habe das früher realisieren müssen Ich wusste nicht, dass man das Spiel mit dem Controller spielen kann Aber Okay Ja, der ist okay Ja, okay Ist mir scheißegal, wenn es euch interessiert Und ja Ernsthaft Oh mein Gott Das Spiel dauert Ewigkeiten Der nächste Tag beginnt So, dieses Mal nehmen wir die Roten Weil Ah, equip nice Yeah, wir haben Fotos Ist ja irgendwie gar nicht komisch Selbst wenn wir ihn Oh, Basements Ja Selbst wenn wir ihn in unser Bett bekommen Was denkt er sich dann? Was können wir hier machen? Können wir ihn hier vergewaltigen? Das wäre episch Hier ist gar nichts Okay Ich will doch gerne diesen einen Tag spielen Weil ich keine Ahnung habe, was passiert Ich will mehr sehen irgendwie Ich weiß nicht, wieso Das Spiel gefällt mir Die Musik ist ruhiger geworden Das ist nice Senpai, ich komme Oh mein Gott Go to class Language Das ist amerikaner in Wirklichkeit Das wissen wir alle ganz genau Nice Oh Diesmal sind ja normale Menschen Ja, episch Hey So viele Menschen Yeah Ich liebe es Du bist so witzig Okay Gib mir Die Schäle Bitte sag mir Ich kann sie töten Bitte Natürlich kann ich sie nicht töten Wie denn auch sonst Ey Also ich habe das nicht hier gefunden Endlich kann ich das tun Was eine wahre Frau tut Oh yeah Okay Es reicht einmal Was können wir jetzt? Ah Äh Sweep Äh Okay Wir können die Bohnen sauber machen Wie episch ist das? Einzigartig, Baby Das würde ich sehen Okay Ich würde das Video Freude es mir stehen lassen Äh Ich denke, das war es heute Aber das Spiel ist Irgendwie Es hat was Ich weiß nicht Ich weiß nicht genau Wieso ich es mag Aber ich schätze mal Weil ich so viele Geheimnisse hat Und es gibt noch ein paar Tage Also wenn ihr mehr davon sehen wollt Das zeigt wie Badass Ihr seid unleckt die Videos Schau auf meinem Kanal vorbei Mehr Videos sehen die ich benutzen habe Und abonnieren wir jetzt Um unsere Nation Beispiele Und ich würde dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich Ihnen mal nur noch 3, 2, 1 So was geht Leute Mein Name war Lotte Danny Bis dahin Welcome back Zu einem neuen Operationsgame Heute spielen wir Die Augenthaltsplantation Beim letzten Mal war es die Nieren